genau das hier muss so hin genau genau das hier kann nicht so hin dann müssten wir hier haben wir zwei hier haben wir jetzt auch zwei kriegen wir jetzt hier an die ecke ein oder nicht kriegen wir hier an die ecke ja geht doch okay als wolf war es doch nicht so leicht das hat das wolf da nicht richtig ernährt manchmal müssen die wolfe den menschen doch nach hör auf damit das will ich nicht weg ja manchmal sind die menschen doch besser als wer gibts zu hoffentlich haben meine kleinen racke das doch nicht gehört ist ja super okay also soll man haben jetzt jetzt machen wir nur die ecken so we only have ecken also dann kommt hier jetzt in die mitte einer hier so das passt so dann kommt der kommt der genau hier noch mit auf das geht jetzt nicht oder doch das geht genau hier ist nur kein holz genauso genauso perfekt auch genauso genau das ist wunder okay ich höre auf so hier nicht sondern da 12 dann da und dann so ja obwohl lass uns mal mal hier 12 hier wir werden immer unterschiedlichen abstand kriegen noch mal noch mal zwei noch mal 12 hier und 1 2 moment und 1 2 hier ne genau und dann hier 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 volle konzentration beim tischbau heimwerke studier am werkeln hilfe hilfe okay 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 und hier so schmeißt das mal kurz weg ne das wird unten bleiben wir brauchen nämlich jetzt den boden werden dann gucken wir uns das mal an aber es sollte so eigentlich passen aber es sollte so eigentlich passen wir haben noch einen rucksack 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 36 song ok ich hier auf. Okay. Mhm. Au, ja, Leute. Perfekt. Perfekt. Pja, da fehlt ein Stuhl. Ach ja, klar, fehlt da ein Stuhl. Ich musste da auch irgendwie reinkommen. So. Dann platzieren wir jetzt den. Hoffentlich hier geht... Jo, Mann! Ah, wollte mich hier nicht draufsetzen. Sehr gut. Na gut, er steht jetzt ein bisschen mehr rechts als links. Obwohl, ne, er steht genau mittig. Eigentlich. Der Raum ist halt ununterschiedlich breit, aber dann stehe ich hier mal Platz, wenn du von der Küche Essen reinträgst. So, so! Leute! Da ist jetzt ein 1a-Tisch geworden. Bin richtig zufrieden. Hat jetzt vielleicht eine Weile gedauert, aber Ey, ich finde den super. Fällt der noch weg? Sehr gut. So. Dann brauchen wir natürlich jeweils etwas zu trinken oder zu essen. Deshalb haben wir hier mal ein Bierchen. Na, der kommt nachher. Ein bisschen Tee. Nochmal ein Bierchen. Ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen im Backpack. Rucksack, Backpack, Backpack, Rucksack. Bin da ruhig, der voll mit einem viel normalerlei. So, der hier trinkt ein Tee. Die hat ein Tee. Tee. Salz und Pfeffer für dich. Salzfabrik. Das hängen wir exakt in die Mitte. Wir haben keine Mitte, die exakt ist, ne? Das ist doof. Kann ich sie irgendwo überziehen? Ah, ja. Hm. Wir haben keine Mitte, Leute. Kommt das hierhin. So, die Chance kann man natürlich auch wieder dran. Genau so. So. Wir brauchen mehr Food. Leute, wir brauchen mehr Essen. So, dann haben wir jetzt ja den Dings doch fertig bekommen. Hat jetzt auch nicht lange gedauert. Klapper. Fensters. Oh, gibt's da viel. Dann machen wir eine Weinflasche und einen Turkey und Honig und Käse und Früchte und also und das reicht nicht mehr. So, dann können wir echt jedem was hinstellen. Wird dann vielleicht ein bisschen overdue dann, aber hey, die Leute haben Hunger. Die, die leben nicht von nix. Dann kann sich auch wieder was ausschauen. Dürfen wir dann mal zum Kaffee trinken oder je nachdem, auf was man gerade Lust hat. Ich hab ja genügend Auswahl hier. Natürlich den T-Cup aber grad mal weg. Ähm. Falls jemand Früchte noch möchte. Genau. Hierchen. Wir könnten da nicht. Das wäre ein bisschen too much, wenn wir die komplette, ähm, wenn wir die komplette Mitte vollhängen mit dem Ding, mit dem Zeugs. Das sieht man halt, das ist überhaupt nicht. Ich hätte das alles ein bisschen, ähm, symmetrischer. Nicht so popetrisch machen sollen. So, bevor ihr jetzt wissen, woher dieses Wort kommt. Ihr wisst das alle. Oder wenn ihr es nicht alle wisst, dann denkt über euer Leben nach, Leute. Dann denkt echt über euer Leben nach, weil und Nudelnocker ist es ja auch Briefloaf und ich hab sogar die Chins und Hochzeitstorte und Körgummi-Automate so für die ganz exotischen Ja? Nein? Okay, mein Vater hat was nach Essen gefragt, ob meine Mutter irgendwas gesagt hat, aber nein. Die lässt uns hier einfacher. Ich glaub, das kann man gar nicht platzieren hier irgendwo, ne, oder? Kann man das hier irgendwo platzieren? Merke schon. Kriegt es nicht irgendwie hier in die Mitte rein? Was ist denn hier im Weg? Wir können es ja an die Decke hängen. Ne, aber ernsthaft. Wir kriegen... Das hätte ich... Das hätte ich eigentlich schon klein platziert gehabt. Riecht jetzt noch die... Ketten hier abreißen? Riecht das dann hin? So, jetzt machen wir erstmal hier... Rot... Und, und, und... Genau, jetzt gucken wir nochmal. Na? Na? Dann kriegt man hier nichts mehr hin, ne? Also gar nichts mehr. Auch nicht so was Kleines wie eine Hochzeitstorte. Ja. Na, mal gucken. Ein paar Sachen davon sind größer als ich erwartet habe. Goddammit. Aber wir gucken mal, ob wir das noch einbauen. Obwohl, wir machen jetzt... Ich verzeih, wir machen jetzt irgendwie die zwei noch hin. So, hier, dat. Genau. Komm, lass mich die aus, dass wir die irgendwo hinpacken können. Komm. Machen wir das weg und das weg. Wir gucken nachher noch nochmal. Machen wir das nachher anders alles ein bisschen. Genau. Warte mal. Machen wir ganz kurz alles weg. Wir brauchen jetzt... Ich habe jetzt gerade die zwei schöne Sachen gefunden. Äh, das muss einfach da sein. Wir gucken gleich nach dem Rest. Wir, wir gucken gleich, okay? So. Och, das Schwein, genau. Genau, so. Jetzt. Die Fackeln sind ein Muss. Oder die Kerzen. Da. Da. Genau. Versetzt war Absicht. So, das kein Essen. So. Das auch nicht. Genau. Turkey kann man machen. Den. Monigtopf. Das Bier ist muss. Käse. Wein. Wein. Fire. Beer. Beer. Rechte. Rot. Gummischbänder. Salz und Pfeffer. Oh. Das ist doch gut. Wenn er nicht so krass schweben würde, ne? Wenn er nicht so krass schweben würde. Gehen wir den, ne? Ah, nice one. Das Tee kann man doch bestimmt auch. Genau. Was haben wir denn jetzt noch? Ich glaube, sonst haben wir jetzt soweit alles. Hätten wir noch irgendwas? Oh, die müssen. Das ist japanisch, Leute. Du meinst da im Japan halt, die Fresse. Tee oder Nudeln? Stimmt in den Kommentaren. Spoiler, ich werde die Nudeln nehmen. Ich glaube, Agfair gibt es halt keinen Tee. Aber Tee ist auch japanisch. Ja, okay, Tee ist nicht nur japanisch. Da bin ich jetzt ein bisschen übertrieben. Die Seite hat einfach fast nichts. Und die Seite frisst sich einfach zu Tode. Aber hey! Das wird auch aufgehängt. Halt. Halt. Genau. Das ist so unglaublich gut geworden. Halt. Ich möchte ein schöner Sub-Name machen. Ähm, ja. Leute. Ist. Sieht. Warte mal. Ich guck noch den. Wohne ich den an. So. Leute, sieht das nicht super schmackhaft aus? Würdet ihr euch da nicht am liebsten direkt reinsetzen? Und euch. Und euch da rein stürzen. Und alles wegphrasen, was es da gibt. Also ich schon. Wir haben da vielleicht jetzt eine Weile für gebraucht. Aber ich bin damit richtig zufrieden. Richtig nice. Ich komme jetzt was zu trinken. Aber. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist echt super. Also. Geil. Nice. Sehr, sehr nice geworden. Sehr, sehr nice geworden. So, Leute. Dann seht ihr weiter mit der Küche. So. Und wir können uns halt hier auch wirklich überall hinsetzen. Wollen wir das? Oder. Liebe ein Bierchen. Oder vielleicht auch hier. Eier. Oder. Ne Fackle ist auch immer lecker. Oder Wein. Oder. Oder Käse. Oder. Bier. Oder. Honeypot. Oder noch ein Honeypot. Oder noch ein Honeypot. Oder ne. Torte. Oder ne. Torte. Oder ne. Torte. Oder eine Torte. Eine Torte. Oder Nudeln. Ne Fackle. Oder Schweinchen. Oder noch ein Schweinchen. Oder lecker Turkey. Oder Turkey. Kaugummi. Und nochmal Turkey. Und nochmal Kaugummi. Und Brot. Und und und. Wieder Früchte. 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 Hier. Ich denke ihr wisst was ich damit meine. Ich bin gehypt. Von diesem Esstisch. Genau. Genau. Bis zum nächsten Mal.